Bevor wir in die kryptographischen Details von IPsec einsteigen, schauen wir uns doch ein bisschen die Architektur von IPsec an. Mit Architektur ist hier hauptsächlich die Softwarearchitektur gemeint, also welche Komponenten werden logisch benötigt, um eine Kommunikation über IPsec zu ermöglichen. Was soll diese IPsec-Architektur nun leisten? Welche Randbedingungen gibt es für Sie? Zunächst einmal soll es möglich sein, nahezu alle zwischen zwei Hosts ausgetauschten Daten zu verschlüsseln. Nahezu alle bedeutet nicht alle. Es gibt bestimmte Szenarien, in denen die Daten unverschlüsselt übertragen werden müssen, zum Beispiel Fehlermeldungen oder auch die Schlüsselvereinbarung selbst, die unverschlüsselt erfolgen muss. Da IP verbindungslos ist, müssen alle Sicherheitsparameter im IP-Paket selbst enthalten sein. Bei Skip versuchte man das durch Einfügen eines Kryptogramms, bei IPsec wird eine andere Idee verfolgt. Diese Idee besteht darin, nur die Referenz auf einen lokalen Datenbankeintrag, der den Schlüssel enthält, ins IP-Paket zu schreiben. Das heißt, diese Referenz kann wesentlich kürzer sein als der Schlüssel selbst. Es muss aber eine lokale Datenbank vorhanden sein, die dann den tatsächlichen Schlüssel enthält. Das Schlüsselmanagement ist eine separate Applikation, die nichts mit dem Datenformat von IPsec zu tun hat, sondern die völlig unabhängig funktioniert und deren Aufgabe es lediglich ist, einen solchen lokalen Datenbankeintrag auf beiden Seiten der Kommunikation zu erzeugen. IPsec hat eine lange Geschichte hinter sich und ist in entsprechend vielen RFCs dokumentiert. Da man hier schnell die Übersicht verlieren kann, ist der hier fett hervorgehobene RFC besonders wichtig. Diese RFC 6071 enthält eine Übersicht über alle vorangegangenen RFCs und stellt die in eine bestimmte Ordnung, sodass man diesen RFC zuerst konsultieren sollte, wenn man sich in den Standard einlesen will. IPsec, ich hatte es schon erwähnt, ist relativ unbekannt, wird aber großflächig eingesetzt. Zum Beispiel gibt es große Business-to-Business-Projekte wie das American Network Exchange oder European Network Exchange, bei denen Automobilhersteller mit ihren Zulieferern über IPsec verbunden sind und entsprechend die Bestellungen über dieses virtuelle private Netz austauschen können. Es gibt viele große und kleine Hersteller, die IPsec-Equipment herstellen, zu nennen wären hier vielleicht Cisco und weil es später im Vortrag auftaucht, auch Huawei als große Hersteller. Es ist in Routern teilweise enthalten als Option. Router können als IPsec-Gateways eingesetzt werden. Nur das ist eine Technik für Systemadministratoren. Der normale Nutzer kommt mit IPsec in der Regel nicht in Berührung. Wenn wir uns die logische Softwarearchitektur mal anschauen, die für IPsec benötigt wird, dann brauchen wir hier vier Komponenten. Wenn wir in der Mitte anfangen, zwischen den beiden TCP-IP-Kästchen, die den TCP-IP-Stack in einem Betriebssystem symbolisieren sollen, gibt es eine Kernkomponente. Diese Kernkomponente muss die Ver- und Entschlüsselung der IP-Pakete durchführen. Hierzu gibt es zwei Datenformate, Authentication Header, AH oder ESP. Deswegen sind die beiden Abkürzungen hier genannt. Wie diese Komponente in den TCP-IP-Stack eingeklinkt wird, ist eine gesonderte Fragestellung. Wir benötigen noch zwei Datenbanken. Eine Datenbank hatte ich eben schon erwähnt. Die Security Association Database enthält die kryptografischen Schlüssel, die zur Ver- und Entschlüsselung und zum Berechnen oder Überprüfen des Mac benötigt werden. Diese Datenbank wird befüllt über den Internet Key Exchange, der eine separate Applikation ist und unabhängig von AH und ESP läuft, also diesen Kernkomponenten nicht benutzt, sondern lediglich unverschlüsselte IP-Pakete austauscht. Auf der Sendeseite steht man vor einem zusätzlichen Problem. Es muss nämlich entschieden werden, welche ausgehenden IP-Pakete zu verschlüsseln sind und welche nicht. Das muss manuell oder automatisiert konfiguriert werden und hierfür ist die Security Policy Database zuständig. Also die Security Policy Database wird nur für das Senden von IP-Paketen benötigt. Um das etwas anschaulicher zu illustrieren, schauen wir uns mal an, wie Daten mit IP-SEC geschützt über das Internet übertragen würden. Also wir senden jetzt ein IP-Paket. Dazu packen wir zunächst einmal die zu sendenden Daten in ein IP-Paket ein. Dieses IP-Paket ist noch nicht geschützt und wird jetzt an das Kernmodul, hier ESP, nur ESP kann verschlüsseln, übergeben. ESP konsultiert zunächst einmal die Security Policy Database. Also es wird jetzt die Ziel-IP-Adresse übergeben und der Ziel-Port. Und auf dieser Basis muss jetzt entschieden werden, ob das Paket geschützt werden muss oder ob es unverändert weitergeleitet werden darf. Wenn ein Schutz der Daten im IP-Paket erforderlich ist, dann werden die entsprechenden Schlüssel und Algorithmen aus der Security Association Database geladen. Das Paket wird entsprechend verändert. Und die verschlüsselten Daten werden mit ESP-Header über das Internet versendet. Das ist wieder ein vollgültiges IP-Paket, deswegen kann das an den IP-Stack des Betriebssystems übergeben werden, der es dann versendet. Wenn dieses IP-Paket beim Empfänger ankommt, wird zunächst einmal der Header nach dem IP-Header untersucht. Dort steht drin, dass es die Angabe ESP bedeutet hier, dass der Empfänger erkennt, dass die Daten verschlüsselt sind. Das heißt, er wird es jetzt an den entsprechenden ESP-Kernel übergeben. Dieser ESP-Kern muss nicht mehr entscheiden, ob das Paket gesichert werden muss oder nicht. Es ist ja verschlüsselt. Es ist ganz klar, dass es entschlüsselt werden muss. Deswegen konsultiert er direkt die Security Association Database, holt sich die Algorithmen und die Schlüssel, um das Datenpaket zu entschlüsseln. Und erzeugt daraus ein unverschlüsseltes IP-Paket, das wieder an den IP-Stack übergeben wird. Aus diesem IP-Paket können die Daten extrahiert werden und an die wartende Anwendung übergeben werden.